Hallo zusammen. Schön, dass ihr meinen Kanal wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich. Jetzt muss ich anhalten. Schaut euch diese Maschine an. Die ist ja abartig, mega geil. Hinten kommt der ganz normale Mutter-Erde-Sand rein mit allem möglichen. Ist ja Wahnsinn. Kommt hier durch die Trommel. Und hier kommt der gesiebte, denke ich mal. Gesiebte Sand ist ja Wahnsinn. Und hier die Steine und Precht. Die ganze linken Trommel. Gibt es ja abartig. Der Puste wird stehen durch die Steine. Wahnsinn. Ja, dann war's das mal. Ich bedanke mich für's Anschauen. Bis zum nächsten Mal. Martin. Das ist ja auch ein bisschen. Ich bedanke mich. Ich bin ein bisschen zu sehen. Ich bin ein bisschen zu spät. Ich bin ein bisschen zu spät. Ich bin ein bisschen zu spät. Vielen Dank.